Jetzt erklingt eine weitere Sprache im Duh. Masut Sulaiman wird ein Lied in kurdischer Sprache singen. Masut, schön, dass du da bist. Er wird sich dabei selber begleiten, und zwar auf einem ganz besonderen Instrument auf der Tambour. Und Masut, du spielst ein Wiegendlied. Und wir haben uns ein Wiegendlied gewünscht, weil wir gesagt haben, dass das das Lied ist, was am besten zum Ausdruck bringt, dass wir Frieden wünschen für die Welt, für die kleinen Kinder, für die Babys, dass sie in Frieden einschlafen dürfen. Danke, dass du uns ein hurdisches Wiegendlied singst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Um, wan' mal zu feu. Ich weiß nicht, dass du uns ein wiegenduma, dass du dich zum Ausdruck clinic, dass wir ihnen nicht beherbe. Ich weiß nicht, dass du sie schmerzt, dass du sie schon von uns bist. Und das Volk für dich schmerzt, dass du uns schmerzt, dass du sie sich hiermit. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018